Muss ich denn, muss ich denn aus der Wohnung heute raus, Wohnung heute raus, na, ich bleib besser herin. Wasch die Hände, wasch die Hände, nimm die Seif, die so gut riecht, Seif, die so gut riecht und auch noch desinfizieren. Wann die Hände dann auch mal sauber sind, fang ich gleich das Homeoffice an. Ich dreu auf, hält mich an, klick auf die erste Arbeit drauf, na, die macht's nicht auf, na, die Seiten, die ist überloh. Ist das nicht so, jetzt muss ich was anders tun, ich was anders tun, na, dann zieh ich mich mal an. Ein Kaffee oder zwei, Maris, wer'n heut wieder früh, wer'n heut wieder früh, an der Arbeit bleib ich dran. Jo, es geht, Polro, lass, Titzel, weißt, Zeit vergeht, da folgt mir ein. Dass sie muss wieder los, Maris, hängt das infizieren, hängt das infizieren, seit sie vorher ordentlich ein. Und so geht's, und so geht's, auch den ganzen Tag dahin, ganzen Tag dahin, bis am Nachmittag um vier. Dann fang ich's putzen an, ich tu alles desinfizieren, alles desinfizieren in dem Kampf gegen die Bieren. Doch im Kuchen scheut ich den Spülen ein, und ich trinke Gas nach halbäin. Mach's wie immer daheim, und geh nur, wenn's ein muss raus, nur, wenn's ein muss raus, geh'n uns nicht dran infizieren. Mach's wie immer dahin. theather kenn Kick ich genau